Ich tue alles, um meine Familie zu retten, aber verlangen Sie nichts, was ich nicht tun kann! Was Sie nicht sagen, der mächtigste Mann der Welt. Und jetzt gibt es etwas, was er nicht tun kann. Ist ja sehr merkwürdig. Erzählen Sie mir keine Lügen mit! Nein! Petrov lässt Radek niemals frei. Petrov ist ein räudiger Hund. Der tut mit Sicherheit, was Sie sagen. Also sagen Sie es ihm. Petrov hat mich benutzt. Ich wollte dem Blutvergießen nur ein Ende machen. Er war nur an seiner Rache interessiert. Im Vergleich zu amerikanischen Regisseuren ist Wolfgang ein Regisseur, der sehr viel organisierter ist, möchte ich sagen. Also wenn er einen Film anfängt, dann weiß er erstens, was er will. Der weiße, er hat ein bestimmtes Budget für einen Film. Und dann ist er auch sehr interessiert, obwohl er keine Abstriche macht. Auf keinen Fall. Ich habe das erlebt bei Air Force One. Er macht keine künstlosen Abstriche. Nun, ich denke, wir haben exzellent zusammengearbeitet. Im Set entwickelten wir gemeinsam immer neue Ideen. Und wir fanden sehr schnell und ganz leicht Lösungen, sie optimal umzusetzen. Was ich bewundert habe an ihm, dass er immer so eine unheimlich gute Laune hatte, immer viel Spaß an der Arbeit hatte und immer eine Atmosphäre der Sicherheit verbreitet hat, der man gar nicht sich entziehen konnte. Also man fühlte sich bei ihm immer sicher aufgehoben. Es kam nie ein Moment der Unsicherheit. Nicht bei den Schauspielern, nicht bei den Mitarbeitern, bei niemandem. Und das habe ich bei keinem anderen Regisseur so erlebt wie bei ihm. Im Grunde knien sie alle. Zwickst du dich manchmal und sagst, ist es wirklich? Ja, wenn ich das jetzt mal so wieder so höre, mein Gott nochmal, das ist schon wirklich unheimlich schön, dass sie so denken und dass man diese Art von Eindruck auf sie gemacht hat bei der Arbeit. Das ist schon toll. Also es ist sehr, was soll ich sagen, das ist schon toll. Fantastisch. Fantastisch.